Das Wort Blockchain wurde in der Welt der Kryptowährungen zum grössten Modewort der letzten 10 Jahre. Viele neue Projekte versprechen eine revolutionäre Innovation, natürlich basierend auf der neuartigen Blockchain-Technologie. Doch eigentlich ist eine Blockchain lediglich ein verteiltes Datenbanksystem mit Informationen. Stark vereinfacht kannst du dir die Blockchain als eine Excel-Liste mit drei Spalten vorstellen. Absender, Empfänger und Betrag der Transaktion. Diese Liste wird von tausenden Rechnern weltweit ergänzt und geprüft. Damit ist eine Blockchain in Wirklichkeit extrem ineffizient. Denn wozu soll eine einfache Datenbank auf vielen tausenden Computer auf der Welt verwaltet werden, wenn diese auch in einem zentralen Punkt gespeichert werden kann? Genau hier liegt das Problem bei vielen Kryptoprojekten. Die wenigsten Projekte haben einen echten Anwendungsfall, für den es eine Blockchain bzw. ein verteiltes Datenbanksystem benötigen würde. Hingegen stehen meist ein zentrales Projektteam und vor allem ein riesiges Marketingbudget dahinter. Schaut man sich die bekanntesten Kryptowährungen von Ende 2017 an, sieht man, dass nur wenige heute noch einen Wert haben. Bitcoin hebt sich hiervon stark ab. Es gibt weder ein Projektteam noch ein Marketingbudget. Hingegen gibt es einen echten Anwendungsfall. Die Entwicklung eines alternativen Geldsystems unabhängig von Zentralbanken. Auch Bitcoin beruht dabei auf der Blockchain-Technologie. Die wahre technologische Innovation ist aber eine ganz andere. Und damit heisse ich dich herzlich willkommen bei Bitcoin-Reise. Hier behandeln wir Themen der Bitcoin-Welt. Unser Ziel ist es, dass du dich mit unseren Beispielen und einfachen Erklärungen im Bitcoin-Dschungel zurechtfindest. Wir haben bereits einige Videos zu den technischen Grundlagen von Bitcoin veröffentlicht. Dabei haben wir erklärt, was eine Wallet ist, wie die Blockchain und Proof-of-Work funktioniert, worum es sich bei Mining handelt und wofür Nodes zuständig sind. Schau dir unsere Playlist zu den Grundlagen von Bitcoin an, falls du die Videos noch nicht gesehen hast. Heute soll die Bedeutung der wahren technologischen Innovation von Bitcoin im Vordergrund stehen. Angefangen mit der Erfindung digitaler Knappheit. Digitale Knappheit ist alles andere als selbsterklärend. So etwas wie ein digitales Gut ist in Wirklichkeit sogar sehr schwer zu beschreiben, geschweige denn zu verstehen. Im Grunde sind digitale Güter lediglich Informationen. Informationen, die normalerweise leicht kopiert und versendet werden können. Denk zum Beispiel an ein Foto von dir und deinem besten Freund, wie er betrunken in einer Bar rumhängt. Du kannst das Foto per WhatsApp an deinen Arbeitgeber senden. Leider ist das Foto dann nicht nur bei dir, sondern auch bei deinem Arbeitgeber. Und sehr wahrscheinlich auch in den Servern von WhatsApp. Das digitale Gut ist also nicht knapp, da es beliebig kopiert und vermehrt werden kann. Andererseits gibt es durchaus digitale Informationen, die schwer zu verändern oder zu kopieren sind. So zum Beispiel der Konterstand in deinem Online-Banking. Hier wird die Knappheit durch eine weitere Partei herbeigeführt, die die Informationen für dich verwaltet und Veränderungen schützt. Bitcoin hat es geschafft, beides zu vereinen. Ein rein digitales Gut, das zur Aufrechterhaltung seiner Integrität keine weitere Partei benötigt und nur sehr schwer bis zu einem gewissen Grad vermehrt werden kann. Das funktioniert, weil zur Herstellung von Bitcoin, genauso wie bei Gold, physischer Aufwand nötig ist. Durch Proof-of-Work wird eine faire Verteilung der neu gefundenen Bestände sichergestellt. Und zwar an diejenigen, die die Arbeit dafür erbracht haben. Dieses Prinzip in die digitale Welt zu übertragen, gehört zu den grössten Errungenschaften von Bitcoin. Es ist auch der Grund, weshalb ein Wessel auf Proof-of-Stake in Wahrheit ein technologischer Rückschritt wäre. Das Double-Spending-Problem Das doppelte Ausgeben der gleichen Geldeinheit nennt man Double-Spending. In der analogen Welt ist dieses Problem nicht vorhanden. Gehst du auf den Markt und kaufst dort eine Banane für einen Franken bei Händler A, kannst du nicht zum nächsten Stand gehen und bei Händler B eine Gurke mit derselben Münze kaufen. Händler A hat ja deine Münze bereits. Und wenn du nicht gewillt bist, Händler A auszurauben, kannst du die gleiche Münze nicht nochmals ausgeben. Seit Anbeginn des Internets gab es immer wieder Versuche, auch Währungen zu digitalisieren. Das Problem war jedoch stets, dass beim Versenden eines Werts im Internet in Wahrheit immer eine Kopie erstellt wurde. Wie beim Foto, das nun bei dir und bei deinem Arbeitgeber ist. Ohne ein zentrales Kassenbuch, das die Ein- und Ausgaben festhält, war ein Double-Spend möglich. Wer übernahm also die Funktion eines zentralen Kassenbuchs, um Währungen trotzdem zu digitalisieren? Zahlungsdienstleister und Banken. Doch leider gibt es immer wieder Fälle, bei denen Bankkonten eingefroren oder Zahlungen abgewiesen werden. So geschehen ist das zum Beispiel vor einem Jahr in Kanada, als Trucker gegen die Pandemie-Maßnahmen demonstriert haben. Vor der Erfindung von Bitcoin gab es keine adäquate Lösung, eine digitale Währung zu nutzen, bei der keiner Drittperson vertraut werden muss. Eine Blockchain selbst löst das Problem leider auch noch nicht. Dazu benötigt es zusätzlich ein durchdachter Konsensmechanismus wie Proof-of-Work und ein perfektes Zusammenspiel aller Teilnehmenden des Netzwerks. Darin enthalten sind Nutzer, die Transaktionen tätigen, Miner, die neue Blöcke produzieren und Notbetreiber, die das Ganze überprüfen und verifizieren. Abgesichert wird das System dann durch verschiedene Anreize und Spielregeln. Erst dadurch konnte Bitcoin das Doublespending-Problem lösen. Seit der Entstehung von Bitcoin gibt es in dessen Netzwerk keinen wirklichen Fall, bei dem eine doppelte Ausgabe möglich war. Obwohl es bisher nie passiert ist und auch in Zukunft sehr unwahrscheinlich ist, gibt es in der Theorie technische Möglichkeiten, um einen Doublespend hervorzurufen. So könnte man durch einen Fini-Angriff oder einer Race-Attacke theoretisch eine doppelte Ausgabe herbeiführen. Ein Schaden durch diese Angriffe lässt sich allerdings heutzutage leicht vermeiden. Deshalb werden wir auf diese Gefahren nicht weiter eingehen. Eine weitere Gefahr könnte eine 51%-Attacke sein. Folgende zwei Voraussetzungen müssen dabei gegeben sein. Erstens, der Angreifer übernimmt Kontrolle über die Blockchain, indem er mehr als 50% der Mining-Ressourcen auf sich vereint. Zweitens, der Angreifer verändert Blöcke nach seinem eigenen Willen. Eine 51%-Attacke ist die einzige Möglichkeit, die Blockchain nachhaltig zu manipulieren. Deshalb wird die Hashrate, also die kollektive Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk, oftmals als Synonym für die Sicherheit des Netzwerks verwendet. Je mehr Miner sich also am Konsens beteiligen und Energie aufwenden, desto schwieriger wird eine 51%-Attacke. Nach jetzigem Stand ist eine derartige Attacke in der Praxis beinahe unmöglich. Denn einerseits ist die Hashrate extrem hoch und andererseits wäre es ein rein selbstzerstörerischer Akt. Die Kosten für einen solchen Angriff belaufen sich Schätzungen zu folgen in zweistelligen Milliardenbeträge. Der Ertrag? Nicht vorhanden, da die Bitcoins ja wahrscheinlich im Preis stark fallen würden. Ein ökonomischer Anreiz für eine 51%-Attacke ist also gar nicht gegeben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bitcoin bis heute die grösste technologische Innovation im Bereich digitaler Vermögenswerte und Kryptowährungen bleibt. Die Erfindung von digitaler Knappheit ohne das Vertrauen einer Drittpartei und darauf aufbauend die Lösung des Double Spending Problems ist ein echter Meilenstein der globalen Digitalisierung. Proof of Work spielte dabei eine grosse Rolle. Zum ersten Mal ist es gelungen, echten digitalen Wert zu schaffen, der weltweit versendet werden kann. Wie gross die Bedeutung dieser Entwicklung ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Bist du allerdings genauso begeistert von Bitcoin wie wir, solltest du uns auf der Bitcoin-Reise begleiten und unseren YouTube-Kanal abonnieren. Gerne kannst du uns auch einen Like und einen Kommentar da lassen. Genieß die Bitcoin-Reise und bis zum nächsten Mal.